Super Plus tanken Renault Twingo 2. Den Tankdeckel befindet sich auf der rechten Seite an der Hinterachse. Ihr benutzt euren Schlüssel um diesen zu öffnen. Links drehen. Tata! Danach könnt ihr den Tankdeckel hier an den Clips hängen. So, jetzt haben wir es. Jetzt holen wir uns Super Plus. Und initiieren es. Dann drücken wir auf die Tanksäulenkanone und benutzen den Feststeller um es zu locken. Und schon läuft es. Spritzenklasse sage ich euch. So tankt man. Super Plus. Oh yeah. So, jetzt habt ihr klickst und schon sind wir fertig. Jetzt ziehen wir den Rüssel wieder raus. Lassen es noch ein bisschen abtropfen. Und stecken ihn zurück in die Tanksäule. Auf gehts zur Tanksäule. Wieder einhängen. Auf zum Fahrzeug. So, hier nehmen wir unseren Tankstutzen. Schieben ihn wieder drauf und drehen nach rechts. Danach können wir den Schlüssel entnehmen und schließen den Cover. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.